In diesem Video ist es wichtig, wie ich den Quiz, den ich fertig erstellt habe, an einem Schüler weiter schicken. Das heißt, wir starten mit einem Quiz, den wir präparieren tun. Wir gehen mit Play. Aber das können wir nicht im Live-Modus, weil das bei Schilderheim nicht unbedingt möglich ist. Oder extensiv wird Stream oder Zoom. Wir wollen das für den Create-Challenge. Und hier kann ich auch gehen, bis wir nie, dass der Schüler das machen muss. Das heißt, an diesem Fall hat er bis zum 28. März 12 Uhr Zeit. Dann teilen wir es an. Und dann können wir hier entweder den Link, den ich dem Schüler kann mailen oder an den Teams setzen. Oder wir geben ihm den PIN-Code. Ich melde mal die Datei. Ich kopiere an den Link. Und ich werde ihn einfach an eine Mail setzen, für den Schüler, der zu mailen. Ansonsten. Dann teilen wir es an. Untertitelung des ZDF, 2020